Hallo liebe Hundefreunde. Heute tauchen wir ein in die Welt zweier beliebter Hütehundrassen, dem Border Collie und dem Australian Shepherd. Beide sind blitzgescheit und voller Energie, doch welcher passt besser in dein Leben? Lass es uns gemeinsam herausfinden. Zuerst widmen wir uns dem Border Collie. Diese Rasse ist bekannt für ihre unfassbare Intelligenz und ihren Arbeitswillen. Border Collies sind echte Powerpakete, ursprünglich gezüchtet, um Schafherden im Griff zu behalten. Sie brauchen viel Beschäftigung und geistige Herausforderungen. Falls du einen Vierbeiner suchst, der immer Ja zu neuen Abenteuern sagt, könnte der Border Collie dein perfekter Partner sein. Kommen wir zum Australian Shepherd. Auch dieser Hund hat den Arbeitsgeist im Blut, ist aber etwas gelassener als der Border Collie. Der Aussie, wie er liebevoll genannt wird, ist ebenfalls hochintelligent und bewegungsfreudig, hat aber auch eine verspielte und gesellige Seite. Suchst du einen Hund, der sowohl Gas geben als auch gemütlich chillen kann, ist der Australian Shepherd vielleicht die bessere Wahl. Ein wichtiger Faktor ist natürlich das Training. Beide Rassen sind leicht zu erziehen, wobei der Border Collie oft intensivere Trainingseinheiten und mentale Herausforderungen braucht. Der Aussie ist da etwas anpassungsfähiger und findet sich schneller in neuen Situationen zurecht. Widmen wir uns der Fellpflege. Beide Rassen haben ein wunderschönes, mittellanges Fell, das regelmäßige Zuwendung braucht. Bürsten ist Pflicht, besonders während des Fellwechsels. Witzig gemeint. Aber keine Panik, mit der richtigen Pflege bleibt dein Vierbeiner topfit und strahlend schön. Nun die Frage aller Fragen. Welcher Hund passt zu dir? Falls du viel Zeit und Energie investieren kannst, um deinen Hund auszubilden und zu beschäftigen, könnte der Border Collie dein Seelenverwandter sein. Suchst du jedoch einen etwas entspannteren, aber dennoch aktiven und klugen Begleiter? Dann ist der Australian Shepherd vielleicht die bessere Wahl. Vergiss nicht! Beide Rassen brauchen viel Liebe und Aufmerksamkeit. Das sind keine Couch-Potatoes, die den ganzen Tag allein zu Hause bleiben können. Bevor du dich entscheidest, solltest du also sicherstellen, dass du die nötige Zeit und Hingabe hast. Egal für welchen Vierbeiner du dein Herz öffnest, du bekommst einen treuen, intelligenten und liebevollen Gefährten. Beide Rassen werden dein Leben mit unvergesslichen Momenten bereichern. Danke fürs Zuschauen! Hat dir das Video gefallen? Dann lass einen Daumen hoch da und abonniere unseren Kanal für mehr Hundekontent. Bis bald! Tschüss!